so hey willkommen bei einem weiteren let's play wieder hier am start mit assassin's creed black flag jetzt numero ja let's play numero 2 wie gesagt wir haben die ganzen bugs die ich hier vorher in den einstellungen hatte soweit gefixt und nun sollte das doch passen wie ihr hier seht ich habe unser schiff die jackdor schon einigermaßen aufgegradet auf ich würde mal sagen doch kann man schon kann man schon so lassen und dem ganzen ist es natürlich geschuldet ich habe jetzt hier mittlerweile irgendwas mit 45 prozent und deswegen sind wir hier auch schon soweit okay also wie gesagt leute tut mir leid dass ihr es dem jetzt einsteigt bei dem ganzen spiel ich hätte vielleicht schon ein bisschen früher anfangen können aber die nächsten let's plays wenn es euch interessiert dann dann werden es auch mal spiele wirklich von anfang an aber ich habe mir doch kommt ich werde mich jetzt selber mal ein bisschen dazu zwingen jetzt aber weil dieses spielt mal zu händen zu spielen weil das ist schon echt lange auf meinem pc und ich komme sonst ja die dazu okay okay hey moment den haben wir doch eigentlich letztes mal gerettet ich habe den falschen Mann warum jagt ihr mich Captain Kenway gerade rechtzeitig wir sehen uns an Bord okay dann schauen wir mal um machen wir mal hier wir brauchen noch mal wie komme ich denn hier gleich noch mal in die Karte Ich glaube, unter M, nein, I, nein. Ah, Umschalt. Alles klar. Tab Ding ins Kirchen. Scroll, scroll, scroll. Wo bist wir denn hin? Da runter. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas cooles finden. Hier oben sind auf jeden Fall noch so ein paar Animus oder ein Animus-Fragment. Und eine Leiche mit einer Karte. Aussichtspunkt. Ja komm, das machen wir jetzt noch. Das ist doch der hier die Licht. Außerdem können wir ein bisschen klettern, das mag er eh so gern für der Kenway. Super, hier. Check, fort. Loot, loot, loot. Haben wir da noch was? Nö. Und raus. Schön, wirklich. Wirklich schön. Okay, ich habe da hinten so ein paar Elemente von der Ruine gesehen. Ich glaube, da kann man doch sicher rauf. Schau mal, der Weg führt sogar dahin. Kommt rum. Grün Nummer 3, cool. Da unten liegt sie da, die Check Door. Boah. Nein. Okay, gut. Ja, man muss es probieren. Hey. Man muss es einfach probieren. Was ist denn da? Na cool, da haben wir so ein neuer Teil. So, ich muss mal mal schauen. Ich glaube, das war so hier. Und dann... Ah, ja, genau. Okay. Also, wir bewegen hier mit WASD quasi dieses, ja, dieses Dreieck. Und wir müssen mit der Maus versuchen, aber ich glaube, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr das Ding schon mal gespielt habt, das irgendwie übereinander zu bringen. Aber... Und zwar auf diese leuchtenden Marker. Jetzt pass mal auf, ich glaube, das könnte doch... Ja. Drehen. Na, schade. Vielleicht aber auch so. Oder... Oder... Das sieht doch gar nicht... Vielleicht aber auch so. Oh, das schaut doch gar nicht... ...so verkehrt aus, hm? Beenden, halten. Achso. Okay, ganz klar. Das scheint aber nicht zu passen. Okay, wahrscheinlich habt ihr das schon lange rausgefunden, wie rum das gehört. Okay, Leute, ey, ich hab's doch vorhin so kappt. Na okay, egal. Wo sind wir? Da unten, gut. Egal. Jetzt holen wir uns erstmal hier dieses Stagment. Und irgendwo da hinten, muss noch eine Karte. Da ist entweder oben oder wahrscheinlich irgendwo unten mit irgendeiner Feldspalte. Ah, Aussichtspunkten haben. Auf deine verfluchten Befehle! Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Jetzt will ich auch sagen, ich hab nämlich ein Weichswerter. Okay, und da oben sollte doch eigentlich jetzt so ein Aussichtspunkt sein. Okay, egal. Dann gehen wir jetzt zu unserer Verkundung. So, mein Pizzerlug. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. So nehme ich mir das. Nichts tun und trotzdem Crewmitglieder kriegen. Okay, schauen wir, was das hier so gut ist. Und noch ein Stein. Dann bin ich auf. Dann würde ich jetzt sagen, wir fliegen... Genau, wir fliegen. Wir fliegen jetzt mit diesem Boot über das Wasser zu unseren Chapter. Und dann stecken wir mal ein bisschen. Und machen die Vision weiter. Okay, noch mal kurz ein Blick auf die Karte. Wir müssen... Oh, da liegt aber noch echt viel Zeug. gut aber ihr wollt sicher sehen was uns hier unten erwartet ich glaube auf diese insel kommen wir mit sicherheit noch mal so das haben wir jetzt mal ausgewählt mit der rechten maustaste ich glaube diesen kollegen hier oben den werden wir uns noch annehmen oder wir kommen hier irgendwo durch je nachdem schau mal was passiert öffnen und trimmen segelreffen raus aus der Böe setzt jeden Zoll Segel den Wind so gut sie es kann den Tyran aus dem Wind alle Segel sie verträgt das hoch Leute an die Brabensegel schau mal ob es wirklich am Nebel liegt oder ob wir hier einfach nur ein bisschen was an der Sichtweite machen können V-Sync für 6 Partikel ja komm die können wir hochdrehen so das sieht ein bisschen schöner aus hier hoch hier hoch das ist alles soweit ok gut aber so wie es ausschaut könnte es so alle Segel setzen! Bewege! ein Showdown an die Schoten! das ist ja so hier wie das wird das sich hier so ein Navi haben das ist ja so genau hier mit rechter Maustaste kann man hier die Kanonen auswählen das sitzt da vorne und das ist ja so die Zeitlich Der muss sich ja noch bald in Aktion sehen Jetzt geben wir hier mal ein bisschen Gas Richtig schön mit dem Wind Da vorne bleibt was, das holen wir uns natürlich Wir müssen umsichtig sein, diese Gewässer werden gut bewacht Schreibt gut Macht euch bereit Ja, ich weiß, da ist ne Kiste, aber die Um uns nachher zu meinem ersten Mal gegen die Verliegen Feuer! Die präsentiert sich voll! Lasst sie dafür bezahlen! Ach, schmarrn, okay Die Platten sind Spannig! Feuer! Pass auf dein Zeichen, Käpt'n! Feindliches Feuer! Komm her! Erf die Taub- und Brabsegel! Taubsegel bergen! Feuer! Nein! Nein! Ich schieße sie verabschieden! Unterschätze sie nicht! Sind alle gekommen? Gut, malz! Feuer! Sie verwundern! Segel-Satzen! Ein Feuer! Nein! Nein! Ein gut platzierter... Bereit zu feiern, Sir! Wir müssen hier nur ein bisschen aufpassen, weil wir haben... Ihr seht rechts oben, wir sind links oben Diese beiden gekreuzen Schwerte, die uns zeigen, wie hoch unser Fahndungslevel ist Uh, was ist denn das? Wäre das vielleicht ein Stück für unsere Flotte? Sagen wir mal... Sollen wir es wagen? Ja, sorry! Komm, wir probieren, wir setzen! Ich habe nämlich... Meile ich hier noch irgendwo... Hier soll liegen... Das waren einfach... Voll Feige hinter dem, wir schauen was passiert. Feuer! 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 Raubalden dran! Feuer! Damit sie verbunden, lachen! Feuer! 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 Bei der Treffer könnten sie langen! Feuer! 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 Feig! Feuer! 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 Jungs, Ihre Fahrstelle ist umgeschöpft! Feuer! Gott! Bam, Alter! Ey, vor der Lieben. Rahm und Marssegel festzurren! Großsegelkrepp, hol die Marssegel ein! Feuer! Warte, meine Bauern auszuoperieren! Warten auf dein Zeichen, Captain! Geht sie ran, mit deiner Kraft! Okay, cool, jetzt können wir eben mit dieser... ...mit dieser Blutfalle... Schlecht. 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 Jawohl. Was müssen wir denn machen? Okay, 20. Die Flüge flieger, können wir hier hin. Die Flüge flieger, die Flüge fliege. Die Flüge fliege. Die Flüge fliege. Die Flüge fliege. Die Flüge fliege... Die Flüge fliege. Die Flüge fliege fliege. Die Flüge fliege fliege. Oh, was er denn mit? Hey. ein kass der körper ok so weit jetzt hoffnabel Rufung schafft er. Ey, das ist nicht gerade noch gut. Meistens, wo kommt er? Auf was? Nein, 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 die Schlechtung ist! Oh, das war jetzt mal echt dämlich. Oh Gott, ey Wahnsinn, das war okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wir haben die Raffen. Trägt den Kahn zum Stillstand. Raffnet die Raffen. It's there that the river brings down golden sand and we're down for the Raiorand. Paddle away boys, away, away you Raior. It's very well my funny young girl, for we're bound for the Raiorand. It's farewell to you all the girls of the town, away you Raior. You've got our half paper to keep you around and we're bound for the Raiorand. Paddle away boys, away, away you Raior. It's very well my funny young girl, for we're bound for the Raiorand. She's a deep water ship and a deep water crew. Away, Raiorand. Okay, da gehen wir mal hin. You can kick to the coast, but we're damned if we do, and we're bound for the Raiorand. Lehe Segel einholen! Rahm Segel einholen! Okay, wir müssen noch kurz was machen. Äh, nicht die Datenbank. Wir ändern hier nochmal kurz diese Partikel-Effekte. Ähm, wo haben wir's? Schaden mit der Beziehung für wo haben? Schaden mit der Textur, hoch, hoch, hoch. Was ist das hier? Ja. Mehr Segel! Alle Segel! Alle aus den Großkarten! Alles klar für den Aufprall! Alle aus den Ausfläche! Okay, ich glaube! Kapp'n in der Salzlake! In der Salzlake... So, jetzt können wir nämlich hier ein Papuni sich organisieren, man hat jetzt total zu viel Zeit, nur 47, ok, ja, nein, du sollst ja nicht. Ja, komm, wir schaffen es, wir haben hier noch lockere Glocke, hier 30 Sekunden Zeit, und jetzt, nichts mehr weg. Käpt'n, steuern! Los, ey, geht's! Und weg. Ist das unser Kriegsschiff da hinten? Ok, nee, komm, machen wir heute nichts. Also, zumindest nicht jetzt, wir segeln jetzt erst mal zu unserem Stimmungsort, und das Kriegsschiff werden wir uns später noch genügend Zeit haben anzugehen. So, nein, ich muss diesen Verlockungen widerstehen, aufs Ziel fokussieren. Reif die Trap- und Tramsegel! Hol sie nieder! Raus aus dem Wind! Großsegel rein! Bramsegel reffen! Na klar! Diese Mission starten wir. Natürlich! Jetzt sind wir ja schon die ganze Zeit hier hingesegelt. Jetzt wollen wir natürlich auch mal ein bisschen... Ah, Captain Kenway! Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Nein. Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schatz. Dieses Sinkvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Galleone den Schatz trägt, den ich sprühe. Ich hoffe, wir ihn haben recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee. Wenn ihr meine Befehle Wort für Wort erfolgt. Dann die Checktour. Exzellent. Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu gefunden, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum. Ganz kurz, wir schauen jetzt mal, was hier am näheren liegt. Okay. So wie es ausschaut, müssen wir hier einfach diese Orte hier abfahren. Wenn das wirklich so ist, dann wird das jetzt mit Sicherheit ein bisschen dauern. Aber ich würde sagen, wir starten hier. Fahren dann hier rüber. Schlagen uns hier hoch. Und es kann nicht sein hier. Das sind so viele Unentdeckte. Wir hören uns das Ganze jetzt mal an. Hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's. Hier oben steht's ja. Wir müssen jetzt erst mal ein portugiesisches Schiff aufspüren. Wo Siegel setzen? Das bedeutet, wir folgen einfach mal diesen Rügelpunkt. Nee, Siegel setzen. Das könnte ja bedeuten, dass wir da hinten eventuell ein portugiesisches oder ein portugiesisches Schiff finden, aber nicht so, weil da... Leicht vom Winter fangen. Eieiei, wie schlecht. Okay, komm doch. Wir müssen hier hinter. Und dann können wir hier rein. Alles klar. Jetzt halbes Segel. Dich tot. Haar zu legen. Wo kommt dein Akzent her, Robert? Kann es sein, dass du aus dem Westen stammst? Genau richtig. Ein kleines Storf namens Cass Neweth Bar. Nie davon gehört. Ei! Kein Wunder. Ich dachte immer, es sollte ein Schiff am Ortseingang geben. Hier begehen Cass Neweth Bar und hier endet es auch. Ich wurde in Swansea geboren. Ah. Die reinste Großstadt im Vergleich dazu. Kommen wir zur Sache, Captain. Ist nur dieses Schiff da? Wir brauchen seine Flagge, damit der Knipp funktioniert. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, tue ich es. Ich bin der Oh, Himmel, es wird es. Ja, lass uns einfach mal direkt daneben parken, wir werden auch kein Badach Komm schon mal, Captain. Oh, salvações, Cavalheiros! E que Deus abenzõe al Rei Don João! E que Deus abenzõe E que Deus abenzõe e abenzõe, Senhor! Como se encontra nesta noite tão formosa? Tudo bem, muito bem, obrigado. É, solte um passeio e um afrope que eles estão todos bem. Com forma? Está tudo em ordem para eslame? Ja, Herr. Alles in Ordnung, Herr. Wir warten nur an, dass unser Navier Almirante beherrscht, bevor wir uns zerbrechen. Ah! Und ich glaube, dass ein unserer Navier mercantische Führer braucht ein neues Mastro. Es gibt Menschen auf der Erde, in diesem Moment, in der Suche Arbeit. Wie gut, dass wir hier so... Ah, da unten kamen. Ja, alles klar. Äh, also... Waaah! Komm, ruck mal wieder. Okay, wir klettern jetzt. Wir machen folgendes Verklettern und dann, die andere Seite. Diese Führer braucht viel Unterstützung. Sie hat keine Hilfe von der Erde, sie hat fast drei Dosen Navier. Ich bin der Plan. Ich bitte entschuldige, Herr. Aber ich bin nicht der Plan. Ich bin nicht der Plan. Ich bin nicht der Plan. Nein, nein, nein. Ich bin der Plan. Ich bin der Plan. Es ist ja auch Nacht. Wir gehen, Herr. Ich habe noch keine Hilfe bekommen, Herr. Ich bin der Plan. Hier ist der Plan. Das war's. Das ist das, Herr. Danke, Herr. Oh, Herr. Oh, Herr. Ich hätte mich gefragt. Aber wir haben ein Buch an den Versuch an Salvador und São Paulo. Oh, Herr. Oh, Herr. Oh, Herr. Ich habe einen Schlag. Ja. Ich habe einen Schlag, Herr. Ich habe einen Schlag, der nicht zu fragen. Ist das alles dabei, Herr? Ich habe einen Schlag, Herr. Ich habe einen Schlag. Wir müssen jetzt da ran. Den Typen nicht nur Schlag, weil das Scheiße ist überhaupt nicht so. Ah. das funktioniert auch im wahrnehmen so bin ich mir sicher das kriegt die natürlich auch nicht mit der typ der steht da auf seiner das ist klar das ist klar das ist klar Ich tauche nie zurück. Hallo Männer, ich bitte grüßt. Ich habe es natürlich immer wieder geschafft. Hast du die Flagge? Ei, wir haben sie schon gehiss. Das sollte genügen. Ich halte Abstand. Immer schön langsam. Ei, die Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Por favor, senhor, implore ich, considere aquilo, was dich prestes a fazer. Jetzt ist es möglich. Was hat er gewinselt? Er winselt mich. Er ist ne Geistert! Ha! Okay. Die Segel setzen. Ein bisschen mehr der Stoff geht schon. Du Herr. Okay, ich schau mal was sie da an Land gebracht haben und was sie an uns natürlich holen. Wir haben auf 주는 Wur怎麼 gesagt. Das war die Fest Normale. Entfangen Sie es an die Poll? Der Speck hat ihn aus. Fand hat ihn aus. Der Speck hat ihn aus. Der Speck hat ihn aus. Die Schuss! Das war die Schuss! Der Speck hat ihn aus. Wer hat ihn aus. Er hat ihn aus. Ich muss sie aus. Er hat ihn aus. Er hat ihn aus. Danke so. Bist du so. Gut, Herr. Okay, Herr. Wir transmitieren die Message. Die Pest? Der Kapitän der Briebe sagt, dass sie die Pest sind. Was werden wir tun? Raphael! Sprechst du viele Menschen und schreien den Briebe. Sie sagen, dass sie die Pest sind. Aber ich möchte sie mehr zu sehen. Was ist der Briebe? Was ist der Briebe? Das ist unsere Bandeira, aber ich habe nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen. Was ist der Briebe? Was ist der Briebe? Was ist der Briebe? Ich habe eine Geschichte über ein Spanier, die uns zu besuchen. Atenz'au, der Briebe! Das war sagbar. Ich habe eine Schreie. Ich habe noch jemanden. Ich habe einen Spanier. Versuch in den Briebe! Der Herr Kroeger hat ein Spanier. Sie machen ein Spanier. bei dem man morgens von einer Spanier, von dem man weiß ich das Spanier. Sehr gut! Das ist die Briebe! Der Herrgle! Der Herrger! Der Herrgle. Scheiße. Okay, wie komme ich jetzt da am geschicktesten? Ich hole mir das jetzt erst mal. Oh, Mist. Oh Mist, Mist, Mist. Okay. Ja, super. Haben gar nicht so viele mitgekriegen. Dich, Kollege. Ich schicke jetzt erstmal schlafen. Leider, leider. Ich kann die nicht plündern, aber dann schauen wir uns mal, ob ich hier vorne ein paar Leute plündern kann, einfach um wieder ein paar Pfeile zu bekommen, falls sie welche haben. Ah, gut, ich will mich ab oder was. Das wäre super. Ja, gut. Die Kiste, die sie an Land zogen, war voller leere Ampult. Wo ist der portugiesische Käpt'n? Er konnte nicht mehr von Nutzen sein. Wo ist er? Er schläft friedlich auf dem Grund des Meeres. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Prise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. Leicht vom Wind abfallen. Ja. Dich tun. Fahr zulegen. Auf, geilen. Segel retten. Alle Segel einholen. Trimmung lockern. Auf, Segel retten. Jetzt halbes Segel. Hey. Der Segel. Alles was wir haben. Hey, der ist mir reingefahren. Ich will dein Versicherungsdaten. Die Segel setzen. So haben wir einfach ein bisschen besseren Glippoterror bei euch. Sie ist die Ankäpt'n. Männer, die denselben Weg gingen. Und davon abkamen. Wir sind aus Hertr. Wie oft war das eines Seemanns letzte Bomben? Auf, Segel retten. Unser Schatz sollte an Bord der Galiones sein. Nimm dir doch einfach das Schiff und spar uns etwas Zeit. Aye, genauso würde ich es machen. Ich bringe uns näher, aber diese Ausgucke werden ein Problem sein. Gut beobachtet. Die erledige ich zuerst. Okay. Meine Stahl. Wir sind den Verkaufel. Der Verkaufel. Ich bin davon, dass dieser Bibliotheier und ich auch nicht Angst, war grabbar für einen Janstour. Ich bin sehr sicher. Ich bin auch nicht Angst, um für die Wieder zu zurückgekommen. Ich bin sehrade, jungen Werdig. Ich bin sehr stolper역, diesen Anfalt an. Oder du du sie ausgleiche? Ich bin Zord. Ich bin ein Schatz. Ich bin ein Schatz. Ich bin ein Schatz. Ich bin ein Schatz. Das war's für heute. Das ist jetzt knapp, das war eigentlich nicht der ursprüngliche Plan, aber... Ab und zu kann man schon auch noch ein bisschen leiser werden. Und nicht Assessino, wa? Das war's für heute. Okay, die kommt zurück. Wer wartet hier? Das war's für heute. Das war's für heute. Ja genau, dein Glück, dass du wieder unten bist. Okay, hier oben ist er hier. Schau mal. Hier hinten wieder Unmöglichkeit zu überstecken. Ah, er hier dreht sich einfach viel zu schön. Das war's für heute. 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 Was ist der Fest? Ja, 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 ja. Ich muss gucken, dass die da vorne nichts mitkriegen. Ich muss immer schön rausballen. So viel Zeit muss ich jetzt mal hertanzen. Kommt, so viel Zeit muss sein. So, kann ich jetzt fahren? Okay, dann komm herr. Ah, Mist, okay, ich hätte... Pardon, ich hätte wahrscheinlich diesen hinteren Wachposten wirklich ausschalten müssen, oder? Na gut, okay, das ist jetzt eher ruhig. Ja, okay, das ist jetzt nichts. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020